UNTERTITELUNG 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 Und eine Zuspielerflinke wäre hier war zum 25 zu 16 für Tsenani. UNTERTITELUNG 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 Kielpferde! Leider das beste Ende ist der Generali, der 2. Platz auf Weg, 25 zu 16 an Generali. Beifall auf den Weg, 25 zu 16 an. Das war's. Und das war der Punkt, Kuhl-Hacki. Die Reise für uns beginnt, Kuhl-Hacki. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, wir sind ein bisschen gegen eine Wand angelaufen. Wir haben gut verteidigt, Hacking, haben gut geblockt. Und dann sind wir irgendwann verzweifelt, so ein bisschen. Und ich denke, das war so der Knackpunkt. Und wir haben halt zwei, drei Läufer drin gehabt, wo wir zwei, drei Sideouts in Folge nicht machen. Und dann sind die Sätze gegessen. Ja, ich denke, wir sind im Soll. Wir haben bis auf Mörs gegen alle gespielt. Wir haben alle Spiele, die wir gewinnen müssen, gewonnen. Gegen Berlin haben wir ein bisschen die Sahne draufgesetzt. Aber ansonsten gut zweimal gegen Friedrichshafen. Eigentlich chancenlos. Einmal gegen Bühel nicht gut gespielt, dadurch auch chancenlos. Aber wie gesagt, die Spiele, die wir gewinnen müssen, haben wir gewonnen. Und ich denke, wir können ganz zufrieden sein mit dem Jahr.